Willkommen zurück zu einem neuen Part Mario Kart 8 Deluxe mit Chrissy und Sanko oder Sanko und seiner Freundin oder meine Freundin und ich. Ist das egal. Sag schon was und lach nicht nur oder grinsen. Ich wollte aber nix so viel sagen, damit ich nicht mehr so viel huste. Ich kann nix drücken. Was ist das jetzt? Muss ich denn drücken? Ne, normalerweise kann ich hier drücken oder da drücken. Aber grad kann ich nix drücken. Ich kann nix drücken. Ich auch nicht. Die wollen uns verpopeln hier. Wir können nix drücken. Na gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Was ist denn hier? So, aber jetzt geht's. Jetzt geht's los. So, guck mal. Bei 100 fehlt nicht mehr viel. Aber zu schnell. Aber 50 ist mir zu langsam. Das ist mir viel zu langsam. 100 ist mir schon zu langsam. Aber 50 ist mir halt viel zu langsam. Verstehst? 1. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 1. Und bei dem... das ist es ist schwer Ja, da hängt wieder voll die Probleme. Kann doch sein, dass es besser ist. So, hier haben wir... Wollen wir das spielen? Haben wir schon. Okay, aber das haben wir noch nicht aufgenommen eigentlich. Das habe ich wahrscheinlich unterwegs gespielt. Dann spielen wir das, oder? Mhm. Die erste Strecke... Ja, mach einfach an jetzt. Die erste Strecke habe ich kaum bis gar nicht gespielt. Und du, glaube ich, genauso viel wie ich. Die wird, glaube ich, online nie genommen, weil die nicht so gut ist, glaube ich. Keine Ahnung. Es hat keiner Lust, die zu spielen. Ja, oder die ist nicht oft genug im Voting. Da fand ich das bei... Mal gucken, ich bin fast stylisch in meinem Schuh. Da fand ich das bei... Bei der Wii besser. Bei einer Arcade Wii. Wo du zwischen allen Maps, glaube ich, auswählen konntest. Ich habe schon mal das Gefühl, dass du spielst vorlaut. Hm. Ich fahr um die Ecke und schmeiß meine Ballen nach vorne. Äh... So die Theorie könnte ich ja hier eigentlich gar nicht gedriftet werden, wenn ich gar nicht gewinnt. Guck mal, es regnet hier. Siehst du das? Das habe ich das schon mal gesagt. Achso. Ich habe schon wieder das falsche Ohr frei. Ich bin jetzt nicht mehr gewinnt so rum. Die Shore mit dem Hier. Man wird ihn nicht mehr gewinnt. Man wird das nicht mehr gewinnt. Man wird das nicht mehr gewinnt. Aber da wird das nicht mehr gewinnt. Das ist ein Dämpf, das wir noch nicht mehr gewinnt. Das ist ein Dämpf. Aber da war er. Der ist ein Dämpf. Für mich. Aber das ist mir nicht mehr gewinnt. Der ist das nicht mehr gewinnt. Ich bin jetzt schon nach hinten. Nananan-想 вым皮 re free also schwer finde ich nicht, das ist eigentlich voll easy oder てp viel, ich habe nichts gesagt ich bin hier runtergefallen ich habe's ganz vergessen dass ich gar nicht gar nicht die ganze zeit drücken muss ...weil der automatisch Gas gibt. Lalala. 150 macht die bestimmt voll Laune. 200 macht die bestimmt noch mehr Laune. Das ist ein Zufall. Kein Stachy-Panzer hier. Das ist doch auch mal was Tolles. Oder Schatz? Kein Stachy? Also ich finde sowas wie, was nicht ist, kann ja nur werden. Natürlich da ist er schon. Antrifft dich! Arschloch, ey. Oha! Ich werd verprügelt! Polizei! Ruf doch. Die blitzt sowieso die ganze Zeit los. Polizei. Taktik, ne? Um mich abzulenken. Guck's ja in! Natürlich hab ich doch gesehen. Ich würd's ja nicht jetzt ansprechen. Oder? Die Strecke hab ich schon oft gespielt. Herzlich willkommen. Ah, du meinst. Achso, ich bin nicht... Guck's! Guck's! Oh, nicht geschafft. Oh. Oh. Huch. Na, muss ich jetzt leider benutzen. Tja. Ist wahrscheinlich mal wieder die einzige Hupe, die ich für die ganzen... Da muss ich erst mal ein paar Blaue bei dir kommen. Nee, bitte nicht. Na doch. Nee. Ja, komm, ey, jedes Mal beim Boost hier, genau. Voll der Blödsinn hier. Voll der Blödsinn. Wow. Mann, dass... Mann, dass die Drift-Taste gleichzeitig die Taste zum Springen ist, nervt mich so. Und ich mach immer hier hoch und runter mit den scheiß Joy-Con. Das hat bei der Wii besser... Bei der Wii U besser geklappt mit Wii-Mode und Lunchuck. Also für Mario Kart brauche ich Wii-Mode und Lunchuck, ey. Das geht mit dem Joy-Con gar nicht. Ich hab' den blauen. Was? Hm. Boah. Meine Hupe hab' ich schon verwendet, ey. Okay. Puh. 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 Hier in mijnken. Sooo.. Puh. Und ich mach' die coins. Puh. Warte. Ich werd' hier noch ne Münze- äh. Minze legen. Galley連ge. das ist mit dem Husten es ist nicht gut tun das schon im Doktor das hält man selber macht wenn du hinfällst und den Schrammer holst du teilt auch von selber trotzdem wollen alle meine Salbe oder Zauber Spray haben aber du redest doch sowieso eigentlich ein lautes Organ deswegen verstehe ich das nicht da habe ich jetzt gar nicht gerechnet ich bin aus dem Weg jetzt hier wie das Fähnchen knippt so wow hoch ja ich sollte hier nicht ohne Dings lang fahren Schatz du bist mal erster so zack 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 so ich komme aber langsam wieder hier und zack ich so und jetzt hole ich mir dich brems sag ich doch jetzt kommt ein blauer naja der kommt doch immer wenn ich erster bin ist er schon nicht mehr okay ne ich weiß da siehst du beinahe an die Banane rein gefahren ja so so jetzt bin ich oben ja du bist ein blauer ach quatsch ja der kriegt mich aber nicht mehr der blaue uah der rote kriegt mich auch nicht mehr ne nein nichts damit zu tun natürlich du hast mir das einfach nicht gegönnt ich war seit der erste Runde erster ja aber auch nur weil ich in der Bahn rein gefahren bin ich gönn dir das ne dann hättest du mich jetzt nicht so abgezockt du schon willst ich hab dich nicht abgezockt das Spiel hat dich abgezockt ich kann auch nichts dafür wenn ich mir das Spiel die Teams gibt wo ich dich einrunde ja guck mal eine Runde dahin beim Spielen könne Geld klempern und sie hupen hier hupen sich und sie sind dann der Noshi der hört die typisch bäämst dir della hupen ach quatsch bekommt kein blauer Pranser ja so was jetzt durch keine Alte ist mehr abkommt ein blauer Panzer vor die Fahrt so so jetzt kommt einer der geilsten sachen ne das kommt gleich ja genau Final Map oh no so so hey da konnte ich da nicht durchheizen schade schade pink ist gut da könnte man schon mal abkürzen die Musik ist auch so genial das schnelle Jazz Thema mit der Rockmusik dazu ist echt toll schade 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 ja da war eine Anleitung dass ich das Ladekabel einfach hier irgendwo in das Dock stecken soll und dann habe ich meine Dings wo ich das chargen kann wo er da Telefon so jetzt werde ich das weggedrückt ich lasse es eigentlich immer 1 1 1 1 1 noch zu sehen was ich alles gewonnen bin so Professional Kart Racing das ist irgendwas Alter was los jetzt so wir sehen uns dann beim nächsten Part schaltet auch wieder ein wenn ihr Hupen hören wollt oder auch sehen und da gibt es erstmal ein Facepalm von neben mir wir sehen uns im nächsten Part Schokowski schade